ich bin mir so im Jahr was ist denn da oben ein Konto und der Mächtige ja ein Boss halt und hier sind wieder Hydro-Monster Hydro-Do nix Prozent gehen wir jetzt mal den Rechtsweg oder stückischer Hydro-Dono okay du gehst ja auch erst nach links okay ich gehe nach links das ist ja noch ein Boss noch ein Boss super ne ich stelle das eh noch zur Zeit links und oben ich stelle trotzdem eh noch zur Zeit ach du scheiße das ist ja gut ja mehrere Bosse zu haben gleichzeitig das wär's doch ne ja 3,4 Bosse hintereinander das ist doch geil keine Sache ey oh Gott ja schreit uns halt an ey ne 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 ich will mal kurz was ich mir auf dieser Tischkante bin ich schon aber das sieht mein Arm schon aus ey boah ich lasse mir jetzt einfach mal eine Aufnahme drin weil ich einfach so will ha 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 ich lasse die Unternecken hole weil mein Arm schon so krass aussieht hier um dieser Tischkante übel ey ah ja das kenne ich hm so jetzt können wir weiter machen wir haben einfach mal drinnen gelassen und die Aufnahme ist der Wumpe boah weil ich ihn einfach mal hier unterbrochen haben gut dann gehen wir erstmal hier nach unten dann wird es viele Sachen geben wie du Herzblut der Furie ja jetzt haben wir schon zwei zweiter von sehr gut jetzt freue ich noch 3 okay und Materialchen nur noch was gut Nürnberg h macht doch sowas macht doch sowas nicht Toni Hülsra Dodon er ist Baustufe 38 also ist das noch nicht so heftig und dann kommt Stufe 88 das wäre höchstens bei legendär achso ok weißt du nur bis 50 geht oder was ne das geht keine Ahnung ich glaube bis 88 oder noch höher keine Ahnung ne ich meine jetzt hier oder in dem Spiel geht es nur bis 50 oder was ne höher achso viel höher bei legendär das ist ja die schwierigste Stufe und hier bei der Stufe wo wir spielen geht es nur bis 50 achso bei dieser Stufe äh pfff ja kommt drauf an was schön Level der Endboss ist ne hm das ist schon mit 88 nein ne 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 unter unter 40 oder bis Level 40 weiß ich jetzt nicht mehr auswendig ich hab den Endboss hier äh im Reich des Tages so lange nicht mal gemacht ey das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig gesehen ok ja du hast ihn noch nie gesehen ich weiß natürlich wer der Endboss ist aber ich will es ja nicht verraten ok sonst ist ja die Überraschung ja führt ihn von Po von Po von Po also hier unteres Dämonenlager ne ne warte mal das ist ja schon der Hauptweg warte mal gibt's auf der anderen Seite geht's auch noch weiter ok dann decken wir erstmal die rechte Seite auf Tuni ja ok weil auf der linken Seite ja schon der Hauptweg ist deswegen äh ja und wir wollen da auch die anderen Nebenaufgaben erfüllen oder? ja 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 geht so müssen wir ja 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 ok wir haben es ja bald geschafft Tuni ja ok das ist voll cool oder? findest du oder? findest du denn auch gut dass es vorbei ist dann? ja auf eine Art und Weise bin ich auch ein bisschen erleichtert wenn wir dieses Spiel endlich zu Ende letzten Meter haben ein paar 200 äh Hydra Donenhaut brauchst du die noch oder kann ich die einsammeln? weiß ich gar nicht die noch brauche ja hattest du denn jetzt vorhin? war ich ja voll okay gut ja dann kann ich dir sein nimm du doch einfach ja vielen Dank noch mal gerne doch so ok da war es sowieso eine Sackkasse ok dann oben rechts noch ist noch ein Weg ja ok da können wir noch glaube ich hin weiß ich nämlich noch was gibt wenn da keine Sackkasse ist und Versänger sind und eine Sackkasse ist ja ok gut wie kommen wir denn da jetzt hin? ja durch den Hauptweg ok Moment mal oder da könnte glaube ich auch noch ein Weg sein ok äh ah hat sich dein Hydra Monster noch versteckt auch das ist toll ja das hat er einfach mal so gemacht oder gibt es hier irgendwie noch einen Weg den wir jetzt nicht gesehen haben? ne ok dann müssen wir doch jetzt zum Hauptweg ja tut mir leid tut mir leid ja ok ja ich kenne jetzt auch nicht mal alle Wege auswendig mk und das Dämonennager wo und hier ist direkt ein Hellboss fantastisch wo denn? oben oben um um und eine Nymse ist tot oh ok 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 du bist du das jetzt wird sich kein Wunder dass die so viel abzieht ausgehen und da ist ein Stein Imposias Armband Imposias Ballenschutz so ok Moment mal was kann denn der Stein Imposer ein seltsamer Stein mit Runen er fühlt sich ganz kalt an ach ich glaube das sind die äh so genannten Schlüssel die wir brauchen für die Schatzkammer ich hab den Grunde den gibt es nur immer für jede Person ach so hier oben gehts dann noch weiter dann können wir das aufteilen du zwei Steine ich zwei Steine dann bist du damit einverstanden jo gut dann nimmst du den nächsten Stein ok ach hier ist eine Feuerfalle oh böse Feuerfalle ähm ich nehme ich noch weiter geht hier oben ok dann machen wir erstmal da den Boss ok oh gut ich nehme mich in ein Gefängnisaufseher hier oben so ein bisschen hier anheizen ich bin jetzt hier im Gefängnis ja 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 oh und hier ist auch ein Boss das ist nämlich der Condor der mächtige naja so mächtig ist der auch wieder nicht hauten hält oh Flammen bakterische ich nehme mich voll in eine massive bakterische klaue der bakterische klaue der Flammen Atmetus bei den Toten ok Achmet Mann ey Atmetus achso ich dachte Achmet eh Achmet du bist erfolgreich wo ich wieder gescheitert bin du bist erfolgreich wo ich wieder gescheitert bin ich kam hierher um diese Schatten zu retten wurde aber selbst gefangen genommen ich bin an jeder Heldentat gescheitert die ich versucht habe ich dachte schon ich würde die großartigen Felder von Illusion niemals sehen aber dieser Krieg hat mir eine neue Chance gegeben der Turm des Gerichts ist von Dämonen und anderen Teufeln eingenommen worden ich komme nicht in seine Nähe und ich habe sicherlich nicht genug getan um als Held beurteilt zu werden ich werde fortfahren die Hilflosen dort draußen zu retten so wie es alle Helden tun sollten ich verspreche dir im Namen alles Guten dass ich dir diese Schuld zurückzahlen werde egal welchen Preis ich dafür bezahlen oder welches Risiko ich eingehen muss das ist doch was ja super was müssen wir machen Atemar hat vor sich vor seiner Rettung erkenntlich zu sein ja wie denn äh ne ne nach seinem Tod war was im Turm bestimmt so ein Turm machen irgendwas mit dem Turm ach so ok gut na schätze ich meinetwas Moment mal kurz ich will mal kurz wissen mhm ok das Gebiet scheint wieder sehr groß zu sein das ist ja super ich bin ein Gefängnisaufseher oh 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 ich muss heilen oh Gott oh was ist los hier ok so ok nichts zu öffnen gesperrt gesperrt vom Wächter versiegelt ja es gibt hier noch einen Wächter nämlich hier nach hier jetzt aber jetzt müssen sie aufgehen ja danke sehr gut dann mache ich die hier auf ok so und dann sind die auch wieder befreit gut dann gehen wir erstmal hier hin ok ok das ist sehr gut ok das ist sehr gut da wurde auch noch gelöst hier äh ah ja da gibt es auch noch einen Weg gut hier ne genau zu diesen ah ja die empußer Damen sind wieder da ja ok gibt es hier noch irgendwas hat einen Start oder Chores ja ein Lager gibt es super und ne Höhle wow und ne Helmforce wow doch Hammer Faust wow ist der stark Hammer Faust oh ho 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 geil so wow wow danke für die Heilung wow das war ein stark heilen Boss ja so äh wollen wir erst die Hülle machen ja ne ja gut das geht looms ist nämlich der Tümpel von einem aus ja von einem sehr komischen Namen halt Memnen 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 Nennosyne ja irgendwie sowas ja zungrecher Namen ne wie hier ist oft vorkommen so so ah ja schreiende Heilung ja das trifft sich gut Moment mal ah ne ah jetzt habe ich den Fehler gemacht ah das wollte ich nicht warte mal bleib mal kurz stehen so da habe ich erstmal bei dir Hitzeschitz wieder aktiviert mhm ok cool die sind nämlich ganz bleich die Formiziden hier die waren noch nie an der Sonne sooo dann gehen wir erstmal hier lang was es uns noch für uns bereithält hier unten ja hier sind viele diese Formiziden Ameisen oh krass ok boah ja mut nicht auf so vor geht ok hier ist im Hintergrund sieht man hier wieder wasser das ist super wenn es denn nur wasser ist oder ist es wasser ja das ist wasser das ist wasser mhm das sieht man ja auf der Mini Card dass das Wasser ist ja und auch wer von euch geile Sache ja mhm jetzt aber yes 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 und hier ist nichts interessantes dabei toll ok aber in der königlich kaiserliche Truhe ist im armen Land oder ist im hartes Land ja das hartes Land das hört sich besser an jetzt ähm watti dann erstmal deine Nymphe ja geht so ja es geht ja oh alles eingesackt was geht so 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 alle weg so haben wir alles aufgedeckt ja das gut aus ja die haben alles aufgedeckt na das ging ja noch das ging ja noch ja war nicht so groß äh aber bloß hat viele Ameisenkämpfer mhm wohl noch hier hier müssen wir noch was aufdecken stimmt geht das hier einfach nur weiter zahl rein ja ein bisschen ein bisschen aber bissel so das sah es schon kurz und schmerzlos hinter Kürze legte Würze eben meine Reden so haben wir jetzt hier alles im unteren Bereich nein noch nicht scheiße gehen wir halt hier noch lang ja zu diesen machai ja wir halt wa was machai macha was ich kann den Namen nicht aussprechen machai mach mach machari machai ach scheiße ich kann den einfach nur aussprechen scheiße mach doch einfach machai machari oder so ähnlich ja irgendwie so machai 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 machi ach scheiße irgendwie so ach man ey ach da unten ist noch eine Person fantastisch willst du denn hier machst du denn hier machai neutraler Dämon okay der hat halt kein Bock mehr langweile mich nicht sterblicher ich habe keine Lust auf ein Wortgefecht okay oh der ist ja ein bisschen sehr gut drauf ja ja geil okay ja dann können wir weiter nach oben marschieren okay gehen wir weiter gehen wir weiter nach oben bei dem Kriegsgerät vorbei ja also hier war wohl ne riesen schlacht hm hm und hier lang und hier lang und hier lang ich bin schon oben guck mal ah ah ok ich komm dir nach das auch und das auch meine Sackgasse ne du musst hier lang äh wo hier lang hier lang ach da